Äh, Ohio Eh, irgendwelche, irgendwelche Blätter oder so, können wir uns kaufen? Nee, die haben doch Geld gefunden. Wẩn, irgendwas? Ja, irgendwelche Blätter oder so. Was ist wie-ok, was wollen wir uns kaufen. Ich möchte auf jeden Fall dinge kaufen die von... ... die nochmal...ok, wir haben 10...die occurre wieder auf jeden Fall kaufen... oh guckst du hast gesagt Ha Producer, warte wir können jetzt haben obstacle.. pizza bitte! O��고 und ha! OCOE которые их обет подб�ут pizza haир? 1p3 hol dir das clavier in den Rucksack können wir uns craften. Hä, hörst du doch mal auch die ganze Zeit hier rumrennen? Wo bist du? Ich bin hier. Ach, man kann das gar mal gucken. Ich hab total ein Herz gefunden in einem Tresor. Ach, war er gerade drauf? Hier ist Dommel, hier ist Dommel. Hier ist Dommel. Ich hab Dommel gerade gesehen. Da ist der Dommel. Du hast mich gerade gesehen? Ja. Ja, dann komm mal zu mir. Wobei, hier ist eben nichts mehr drin. Ja, ich kämpfe gerade gegen dich. Ach so, du redest viel davon. Ach, wick dich doch. Ach so, das war nicht Dommel. Oh, wick dich doch einfach. Ja, so warte mal kurz besser. Lass mal wie Batman so einen Überblick verschaffen, okay? Waren wir schon da hinten in dem Haus? Was hast du? Ach so, ja, Junge, ich hab mich gewundert, warum der Fasche vor mir zugegen. So, hier ist ein Tresor und ein Titanic. Ja, viel Spaß. Ich hab Angst, dass der Dommel rumläuft. Ja, hab ich auch gemacht. Und Dommel hat ihn... Digga, Dommel, du hast ein Maretentür übersehen. Oh nein, Dommel, Dommel, geh weg von mir, Dommel. Alter, ich fick dich. Dommel, komm bitte zu mir, Dommel. Junge, ey, Dommel, ich bin auf dem Tisch. Geh weg. Dommel, geh weg von die Tasche, Acht, Mann. Ey, Junge, er läuft hier rum und greift mich an. Ich fasse es nicht. Hallo, was ist noch hier? Was sollst du trinken? Ich brauch nur ein Stück, damit ich schnell zum Rav komme. Nee, wir haben so viel Schrott, ne? Ja, das Wort will durch. Aaaaaah! Du bist ja eine nervige Ratze. Du? Spiegel? Spiegel. Warum hast du denn nicht determinig? Was heißt das? Kennst du das Wort Determination? Kennst du Undertale? Kenn ich. Aber hast du noch nie gespielt. Schwach. Damals auch nicht gespielt. Ich hab's... sechsmal gespielt. Damals, der Rosu spielt und mit seinem Bodypillow küschelt. Ja, unser Floß muss das kaputt, ne? Unser Rav. Ja, dann baut das mal wir auch. Nö. Schatz, warum? Das ist halt unmöglich, Leute, ne? Wir? Ja. Ne. Wir sind schon möglich. Ja, wir drei, meine ich jetzt, dass er mich einberechnet hat. Was? Da ist ein bisschen merkwürdig. Wie lange brauchen denn die Damm eigentlich zum Wachsen, Digger? Was bringt so ein Rucksack eigentlich? Mehr Platz? Mehr Platz? Echt? Mehr Platz im Inventor, ja. Oh, und Schuze. Es gibt hier Dumpels. Aber wir können das auch... Wir können uns auch einfach Llamas besorgen und die Knechten. Darf ich was einwerfen? Hä? Ich persönlich würde Bilder... Ich kaufe schon mal das... Klavier. Ja. Ihr Flügel. Was ist denn das falsch? Ach so. Eww, aber so ein kleines Paket, das ist ein Automaten, Junge. Okay. Ähm. Die Sachen holen können wir uns mal nicht craften. Äh, deswegen würde ich vielleicht den, äh, die Musikbox noch bevorzugen. Warte mal, wie viele Konten haben wir noch? Wir haben jetzt noch neun oder so ne? Ja, wir haben neun Konten. Bis jetzt, also es gibt bestimmt noch irgendwo welche. Äh. Also wir, wir könnten... Also ich würde jetzt... Pizza, was jetzt tun haben. Also ich hätte halt die Musikbox noch ganz geil... Hast du das Krimi schon gekauft? Was? Ich hab noch nichts gekauft. So. Ich würde eigentlich schon den Rucksack haben. Ja. Ja doch, du hast doch schon was gekauft. Ja, wir haben nur noch neun. Ja, ich hab, ich hab, ich hab, ich hab das, äh, die Flügel, die Flügel gekauft. Achso. Okay. Ich würde eigentlich schon den Rucksack haben. Von mir aus, äh, kann nicht so. Pizza, äh, Pizza. Nochmal. Bilder und sowas haben wir... Dann musst du wohl leider den Rucksack kaufen, um die rauszuziehen. Haben wir schon das Om... äh, 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 Rezept Pilzomelette? Digga, ich bin nicht auf dem Wort. Okay, IT. Nimm halt einfach mit. Oh, die Pflanzen sehen cool aus. Ein Pizza... Äh, TK, wir kaufen uns keine Pflanzen. Wenn du den Rucksack haben möchtest, dann kauf mit dir, würde ich sagen. Möchtest ihn haben. Was hat... hat der jetzt der Rucksack gekauft? Wie viele Pflanzen zumindest haben? Warte, wir kurz gucken. Zeig mal. Boah. Boah, wie geil das aussieht. Guck mal. Boah, wie geil. Was für zwei Extraslots, Digga. Zehn Extraslots. Ja, zwei Extraslots. Wie geil. Ja, gönn dir. Dankeschön. Jetzt hatten wir vier. Jetzt können wir uns quasi, äh... Ja, wir können uns zwei Gemeinde kaufen, oder? Also übrigens mein, mein Plan wäre uns gewesen, Pizza. Die Box kaufen für sechs Münzen, ein Gemälde und eine Blume. Jetzt können wir uns zwei Gemälde oder ein Gemälde und zwei Blumen holen, oder vier Blumen oder so halt, ne? Ja, das kann ein Doppel entscheiden, von mir aus. Von den Gemälden würde ich mir Futschurama da holen. Und ich fand das mit einem Stern schön. Das gibt es hier nicht mal mit einem Stern. Ich fand ne, äh, ich fand ne Futschurama und das ganz oben. Ganz cool. Ja, ja. Ich finde auch das ganz unten eigentlich ganz geil. Oh ja. Von dem jetzigen aussehen. Zum Beispiel darf ich bitte mitentscheiden. Darfst du? Ey, Doppel, was hier sowas für das dritte entscheiden, ne? Das sieht so kacke aus. Okay, dann machen wir jetzt einfach mal, ne? Nein. Soll ich mir doch kurz für zwei Damen ne Flasche kaufen, für zwei Münzen? Ne Flasche? Oder n, oder n Besser? Komm da, Leute, lasst uns einfach das mit dem Tape machen. Hallo, wenn du nicht noch was kaufen kannst. Ja, ne, lieber grind ich später nochmal Münzen, Römer, dann halt. Ja, okay, wir müssen das nach. Ja, Münzen, grind, Alter. Sollen wir was spawnen? Zwei Euro Flasche. Das schmeckt nicht nur eine Flasche. Also ich kann die Welt noch beenden, ne? Ohne zu speichern. Ey, auf der Flasche steht gut drauf. Die ist voll gut bestimmt. Und ich habe jetzt auch keinen Durst mehr. Aber ich bin jetzt Hunger. Ich habe kein Essen dabei. Hast du auch eine Flasche, Tomo? Aber deine hat nicht zwei Münzen gekostet, ne? Da steht nicht gut drauf. Boah, schmeckt das Wasser geil, Alter. Alter, ich sag's dir. Das ist richtig clean. Ja, frisch aus dem Automaten gekühlt auch noch so. Ja, das hat so eine Kühlfunktion gehabt. Ja, ja, wir laufen zurück. Wir laufen hier raus. Warum? Ja, wir haben doch schon alles... Also da mal das rauskommen. Ah, hier sind auch... Alter, ich bin erschrocken. Ich auch, Junge. Ich habe mich über erschrocken. Du hast ja gar nicht auch schon rote Augen. Weiß ich nicht. Ich habe das überhaupt noch nie gesehen. Mein Herz ist vorstehen geblieben, Alter. Erschrocken. Ey, der hat die Brille auf. Trink aber mir auch gerade, so ein bisschen wirst. Eigentlich müssen wir jetzt das Wasser jetzt einfach rauskippen in den Brunnen, ne? Ich mache das mal. Davon trinke ich was. Ich sammle hier die ganze Zeit Münzen, die geben mir auch. Hat nichts gebracht, hat nichts gebracht, hat nichts gebracht. Warst du? Hat nichts gebracht, simpel. Oh. Ey, wenn du verkaufst Automatenmarken... Ich denke, ihr macht nichts damit, ne? Warte mal. Eins, wie findet der, wie findet der gerade? Drei? Okay, cool. Wasserflasche, Wasserflasche. Ich habe mich mal zu trinken. Meine ist leer, meine ist leer. Ja, meine auch, meine auch. Ich habe jetzt die Welt gespeichert. Jedes Mal, wenn du eine kaufst, dann beendere ich die Welt. Oh, Wasser. Ich habe mir ein Wasser besser gekauft. Oh, war das... Es wird gespeichert. Was? Echt? Wenn du rausgehst, zum Beispiel das Automatschaffung, kann das sein? Ja, anscheinend. Hast du einen Spielstand? Ich hasse euch, ne? Nee, komm, halt's Maul, Alter. Nee, komm, ich hasse euch. Nee, komm, halt's Maul. Hast du einen Spielstand? Nein, halt's Maul. Halt einfach dein Maul. Mensch. Ey, Domne, ich muss schneiden. Ja, juckt mich doch nicht. Wow. Ey, simpel, lass' alleine aufmachen. Ey, simpel, lass' mal alleine aufmachen. Und du bist einfach dann der da hier, ne? Simpel, lass' mal alleine aufmachen. Gut, dann mache ich euch hier die Welt auf, Alter. Bobby, wir haben keine Münzen mehr. Ey, halt die Fresse, du Wichser. Heppe. Ich dachte, wie bist du da hinkommen? In diesem Plantation-Dingens? Ich bin, hab halt einen Weg gefunden. Danke. Danke. Aber immerhin bin ich jetzt ausgestattet. Ach nee. Hier sind drei Münzen. Ich will mich aufdrehen und ich sehe dich auch nur zurücklaufen. Du, wie bist du mit ihm? Das ist das vierte Mal, was er ausgemacht hat. Das ist das dritte Mal. Ich hätte das dritte Mal gesagt, ob man gut hat. Hallo, das macht mich einfach ab. Domne ist wieder Toxic. Ihr seht's, meine lieben Damen und Herren. Und damit beenden wir einfach mal den Stream. Und auf der Reihe. Ciao. Der Das ist ein Sitzig.